so und verbinde das das hätten wir dann jetzt auch so und jetzt wieder zurück wie geil mal ein schluck t ja Also irgendwie ist die Kanne undicht, wie mir scheint, so ein bisschen so ein Mist. Hm. Hui! Also, was mache ich jetzt? Ich denke, es wäre sinnvoll, wenn ich mich darum kümmere, das neue Lager weiterzubauen. Ah, Bremsen, ah! Huch! Total geil, ey! Geil! So! Nein, falsch! So! Jetzt bin ich wieder langsamer, aber kann gleich beim Lagerbau nicht abstürzen. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Nicht wahr? Aaaaaaah! So! Hepp! Ich muss nämlich noch eine Lösung für das Bahnhof, beziehungsweise nicht das Bahnhofproblem, sondern ich muss eine Lösung für das Problem finden, dass die Züge vom Bahnhof danach, wenn sie beim Lager angekommen sind, auch wieder zurückfahren können. um ja That's the shit Ah ja, okay Hui Gut, also ich hatte ja zuerst gedacht Hey, ich lass das hier so da oben langlaufen Und dann da Da oben hin Aber ich meine Warte, ich muss mir das nochmal eben Ich muss mir das nochmal angucken Ich meine, also das hier würde gehen Dass der Zug hier hochfährt, das weiß ich auch Aber Ich weiß nicht, ob das voll schlau ist, den da Aber ja, doch Mir gefällt halt nur nicht Ähm Äh Aua Also wenn ich jetzt Wenn ich jetzt Quasi bis da hinten durch Bahnhöfe bauen will Ich hatte gesagt Wie viele passen hier hin Vier Ah, Autosave Also wir haben jetzt Wir haben gesagt Der Bahnhof ist Eins, zwei, drei, vier Fünf, sechs Ich habe sogar gesagt Sieben Fundamente Ja, na Wollen wir doch mal eben gucken Ähm Wollen wir doch mal eben gucken Wie viele Bahnhöfe Hier jetzt Eigentlich hinpassen Und dann weiß ich Wie viele Gleisspuren Ich rausführen muss Ich weiß glaube ich auch Dass die sich auch kreuzen können Die Spuren Also dass man Dass man so Kreuzungen und so bauen kann Aber ich glaube ich finde es besser Wenn jeder Zug Seine eigenen Seine eigene Spur hat Also Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Ah Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Ähm Eins, zwei Drei, vier Fünf, sechs, sieben Bahnhof zwei Eins, zwei Drei Drei Vier Fünf, sechs, sieben Bahnhof drei Eins, zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Ja Bahnhof vier Es sind also vier Bahnhöfe Okay Macht ja eigentlich Ergibt ja eigentlich auch Sinn So Vier Bahnhöfe Und die müssen jetzt irgendwie Die Züge Also die Die müssen jetzt Ja irgendwie wieder umdrehen können Kann man hier irgendwo einstellen Dass die Züge zurückfahren Zeitplan Bitte lasse keine Kisten unbeaufsichtigt am Bahnhof zurück Ähm Ja gut Wo genau Okay So also Ich hatte eine Überlegung war Ich könnte Den Zug Einfach hier Drehen lassen Kann ich die anderen vier Spuren Einfach Da hinten dran packen Ähm Ähm Ja vermutlich ist das tatsächlich die beste Idee Okay also Ich habe jetzt Äh Ja und natürlich Natürlich geht mir dann Ja gut Das ist jetzt aber nicht so wild Weil Ich habe ja gerade beschlossen Dass ich diesen Quatsch hier nicht mehr haben will Also baue ich das wieder ab Ich mache jetzt Um Ich mache jetzt 's Die Ich mache jetzt Ich mache jetzt Vielen Dank. Vielen Dank.